so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es was auf die ohren und zwar gibt es heute eine neuheit von diesem jahr und zwar die quantum von veco feuerwerk richtig schöne dreieckige batterie mit fetten 30 mm kaliber hat immer einen richtig schönen blinkerfeuertopf wenn ich das noch in erinnerung habe abschuss und oben haben wir dann eine crackling wolke mit einem heulerzentrum die dann weg fliegen die heuler also auch richtig geile neuheit vom sound her richtig geil die steigert sich natürlich also erst ein dann zwei dann drei dann vier und fünf schuss immer auf schlag und das ist relativ geil an nem hat das gute stück schon 482 gramm was verwunderlich ist da jetzt da keine großen zerleger oder so sind aber anscheinend trotzdem sehr 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 viel und dann würde ich mal sagen leute gibt jetzt die quantum kombiniert mit turbo sound lese ich überhaupt gerade von veco und ich wünsche euch ganz 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 viel spaß mit der neuheit dieses jahr quantum meine hass batterie ja lennart aber vielleicht ist sie gleich leicht ist sie gleich doch besser ihr könnt sagen was ihr wollt ich finde die geil umgelabelte skyhawk oder spacehawk wir machen jetzt erst mal hier die die dinge war warte 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 jetzt die quantum und ja 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 Ja, doch live ist schon. War richtig schlecht, oder? War richtig schlecht, Lennart, ne? Ne, die war richtig geil. Alter!